Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ich hab Legs. Gott. Ja, zweite Aufnahme, zweites Let's Show, wie ihr es auch immer nennen sollt, wie wir es auch immer nennen. Ähm, wieder zu zweit miteinander. Hallo! Mann, ich bitte, wir sterben. Ich könnte heulen. Aber wie das Spiel abgeht. Ja! Nein! Nein! Da bist du aber jetzt oben. Ich bin hinter dir. Ich hab keine Waffe mehr, kann man hier irgendwie die Waffen wegschmeißen? Oh, hast du grad die Granate gesehen? Bist du da drinnen? Ja. Wichter. Mama! Ich wollte so ganz episch auf dich zurennen, aber hat nicht geklappt. So episch, so. Die kämpfen mich ja alle ein, die kommen nicht mehr raus. So, jetzt bin ich draußen, dann sterbe ich wahrscheinlich. Oh, du wirst an dem grausamen Tod sterben gleich, ey. Ja, zahlen sie alle. Toll! Ach, Mann. Geht's jetzt weiter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin schon wieder hier hinten. Bist du wieder... Alter! Er klaut mir mein zerstörbares Fass. Ich könnte heulen. Kommst du hier mit dem Seenstein an, Alter? Was bist du für einer? Du kriegst es gegen Kopf und Stimme. Das ist das Gesicht, der was kriegst, ey. Ne, scheiß was. Na, das geil aus, so ich komm jetzt mit dem Boot. Mit dem Boot. Mit dem Boot! Mit dem den Boot auch schon rumgezogen. Hast du's gesehen? Ich hab' selber 1 Uhr rumgezogen. Das Boot gesehen, kam grad angeflogen. Mein Boot, mein Boot, mein Boot, mein Boot. Ich will das Boot an. Ach du Scheiße, der will mich schlagen! Ich seh' nichts mehr! Ja! Prozent oder spielst du er kommt schon muss er erhältlich der Schwerfluss sicher die Zollungspieler ja ich habe mich gemacht ja leute die Zeit da runter die Zeit abkühlt ermitteln und er hat seiner Scheiß-Armbrust alter die so gut ist die innen ein wenig bei mir aber nicht mit so einem kleinen FPS ja, ich hab zwei gekült Alter, wie sie mir auf den Piss gehen, dieser scheiß Ambrose Schütze, ich such den jetzt ja Ich brauch irgendwie so ein Kürzel für den Nate oder so, dass der die schneller in der Hand nimmt Oh, ich überlege P.O.I. Werden jetzt aufgesammelt gehabt? Nichts, geil Hey, du gib mal deine Waffe Ja, du, gib mal deine Waffe Ich kann heulen Oh, lol Wo willst du denn? Oh Was ist das denn? Scheiß rumpendelnde Ei Was? Ich hab zwei Nate drin geballert Das hat nicht geklappt, würde ich mal sagen Oh, meinst du Salat Was? Wie wenig AP hast du? Nein, geht doch Ich hab 21 Checks Alter, scheiß Camper Ah, geil Ah, nur weil ihr nicht da drin campen konntet Zack Zack, da ist er durch meine Nate gestorben Oh, lag 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 Hier sind eigentlich zu viele gerade Oh mein Gott, jetzt fängt die APG schreit sie wieder an Ich will wieder campen Ich will es haben Ich will es haben, ich will es haben, ich will es haben Was? Noch mal so einen geilen Energieball hier, ich hab gerade keinen mehr Oh mein Gott, jetzt ist die Kette da genauso wie ich Oh, kein getroffen? Mit deprimiert Ich geh Nein, nein Ey, war zu langsam Oh mein Gott Komm mit fast, komm mit Alter, ich werf dir das Ding gleich so ins Gesicht, ne? Ja, komm her Oh ne, da ist der Energieball abgeprallt Nein Ah, haha Du, Lackbolzen, Alter Nein, nein, rein da, schnell Vorsicht, da kommt einer mit dem Boot Da muss ich aufpassen Ja, ich hab ihn weggebratzt Nee, nee, der andere nicht Ich hab den nächsten weggebratzt Was? Danke, Nate Alter Du, Kackbolzen, Mann Wie der Typ einfach mit seiner scheiß Armbrust dastehen und mir den Kopf schießt, Mann Ich will jetzt mal eine vernün... Ohhhh Na jetzt hätte ich ja was gefunden Jetzt weiß ich endlich, wo die die ganzen Waffen her haben Oh, Leute Oh, Leute Jetzt hab ich gerade ne Waffe gehabt und jetzt kommt dieses Scheiß-Ding Ist ja zum Heulen You don't see Ich bin an der Leiter gepackt Oh mein Gott, zwei Raketen-Murfer Ist das geil Ja, alles Ey, 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 ey Alter, ich komm nicht mehr aus dem Spawn raus Au, au Ja, da war ich wohl tot Dein Ernst? Ey, die Treppen sind- die Leittern sind so behinder zu gesteigen Tja, man soll ja auch nicht alles bürfen, steigen. Dooooch! Tja, piss dich bitte. Deiner scheiden Erflegeter. Oh mein Gott, was du für ein Kacklob ist. Haha, da kam dann Aidan. Oh mein Gott. Ehe dich irgendwo erhängt. Ich wünsch ja meinen Mitspielern sonst nicht den Tod, aber dir... Gah! Wer das denn mal hat andere? Ehe und 20-90. Wegen dir. Ich hatte 24-6 oder so und hab den an keinen Kämmler. Das ist zum Kühlen. Wo ist denn der? Mann, ich brauch ne Killcam, ich will wissen wo dieser Scheiß mit seiner Armbrust ist. Oh, Junge. Ey, ich hab gleich keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ach toll. Du müsstest aber eigentlich... Eigentlich irgendwo am Spawn müsste auch bei dir ne RPG liegen. Oh, ich hab lecker. Genau, um ihn irgendwie zu voll zu suchen. Ach, am Arsch. Oh ne, wie dämlich. Oh ne, wie dämlich. Ah, haha, ich habe Armbrust. Oh ne, ich will ohne. Stimmt mal bitte, ich will die Armbrust haben. Ach, wer hier? Nein. Oh mein Gott. Er haut mir von da drüben. Alter, jetzt reicht's ja aber langsam, die sind ja nervig. Nimm jetzt hier gleich mal ein Autoreifen mit. Bedienen die Dinger eigentlich nicht? Ne, leider nicht. Armbrust. Also lustig. Weil sehen geil aus. Aber RPG ist noch geiler. Hier hab ich ne Armbrust und er blockt mich. Von wo? Der schießt auf drei Kilometer mit ner Pistel. Hm, der da hoch. Ne, mit der Armbrust kommt ich nicht. Doch noch nicht, wie die haben die ist geil, die ist zumindest auf Close Range geil. Weil die One-Shot macht. Oh nein, ich hab zu weit geballert. Mann, jetzt stirbt doch. Wird es ruhig durch meine RPG auch schon sterben können. Ich bring dir ne RPG mit, wenn du mir ne, äh, ne Armbrust mitbringst. Oh, ich hab ne Armbrust. Ja gut, bring hier. Attacke. Durch deine Leute. Juhu. Kann dir voll den Scheiß, boah, nein. Oh, ich hab meine Kiste aufgehoben danach wieder aufgefangen. Du hättest ruhig mal durch meine, äh, durch meinen, äh, was auch immer sterben können. Unnutze. Waaah. Waaah. Er kennt Part. Nein, ich muss anderen. Ja, wo bist du? Da. Juhu. Ach man. Wollte ich doch haben. Oh, du Armer. Ich muss mir jetzt erstmal ganz viel Mut hier, äh, einsammeln. Mut? Ja, Mut. Ey. Glaubt mir doch nicht. Oh, gut. Man kriegt nicht mal runterfall, der Mensch. Ja, auch alles die Übermenschen hier. Ey, wir haben License to die, Alter. Ja, das stimmt doch einfach. Ja, okay. Ohhhh. Ich glaub ich bin auch so als der, ähm, Alter, ich bin respawned grad erst. Wie, schon tot bevor du respawned bist? Ja, ich bin respawned und sofort tot, also ich wollte nicht mal einen Schritt machen. Nota. Ahaha. Ach, wie doof. Nicht so genau wie den Spielern, die dir machst das Spiel kein Spaß. Dreckiger COD-Bob. Alter, 24, äh, 4 zu 24. Ja komm, halt. Maul, du Hoxho nur am Spawn. Ich hab vier Kills. Äh, echt jetzt? Ja. Hahaha, bist du schreckt. Wir werden doch nicht Kills gesteilt. Wie schlecht du bist, eigentlich. Aber wer hat ein Spiel? Nö. Ich sterbe an der Wand. Ja, siehste, RPG. Rache. Mein Team ist mit mir. Egal, ich hab nicht. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ey, gib mir das Brot. Was, das Brot oder das Boot? Das Bro, äh, Brot. Hehehe. Boah, jetzt will ich ihn mit der RPG holen, ja? Ach, aber, die stehen da zu 6 oder so. Ach, aber, die stehen da zu 6 oder so. Ach, aber, hier. Nee, warum denn auf mich? Ja, weil du da grad so geil stehst. Die ist. Und er springt runter und will mich kriegen. Ja, ich bin runtergefallen, ja. Ich hab noch nicht einen Kill mit diesem Scheiß-Ding gemacht. Oh, Fingerfertigkeit, und muss ich hinlegen können. Oh, Fingerfertigkeit, und muss ich hinlegen können. Nö, nö, nö. Ah, Bissi! Eheheh! Eheh! Alter! Sorry. Och, Mann! TACK! Hä? Wie viel Leben hat der? Eheh! Weiter, ich steh neben ihn, schlag ihn, viermal! Eheh! Eheh! Der hat sich hier drinnen, ich könnte heulen. Lass mich erst mal deinen Maid holen! Alter, was ist ein geiles Versteck hier! Meinst du hier unten? Weil man immer neben mir steht! Ah, ich kann heulen! Boah! Nutte! Ey, das Spiel ist zum Heulen! Let's get inside the Spiel! Ah, wegen dem! Hä, was macht denn meine RPG hat gerade komplett zaubert gespielt? Ja, was du hast mit dieser Greise gespielt? Ja, genau! Aber ich geh jetzt trotzdem inside, weil dann sterbe ich nicht! Weil jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder so ein All-Dead-Gedöns-Ding! Nein! Ich geh hier rein! Ah, noobs! Herzlichen Glückwunsch! Kann gleich wirklich anzuhören, willst du? Hm, ist ja dämlich! Wenn dir hier eine Waffe, eine RPG außerhalb der Map schießt, dann ist sie einfach Fick! Oh! Junge! Papistisch dich mit dieser RPG! Ich hab's so, ich hab da gar nichts gemacht! Der gleich richtig kräftig 3 cent fischig, der Typ! Da kommt Papistisch, donch dich! Hä,ä, don't rage please! Oh, da komm... Oh mein Gott! Dieses Spiel ist einfach nur zum Heulen! in zack alter haben wir keine Rolle der eine neue Welt und den richtigen getroffen er sich freut ach du scheiße steht schon vor mir er ist ja mutig oh mein Gott Junge Alter reich der da drin kämpft und einfach nicht stummt weil er sich ganze die Medi-Packs schnappt muss man mit der RPG schießen als One-Shot oder nicht? Nein Oh ich glaub ich geh rein ich glaub die Tore gehen weg zu NEEEIN NEEEIN Alter wenn man von der Nate getroffen wird ja wie rot ist denn alles ich musste mich zwar selbst opfern aber darauf scheiße ich jetzt Habe ich letztens auch gemacht. Da bin ich, äh, der COD, habe ich so eine Nate genommen, die auch in der Hand explodiert. Da bin ich einfach in eine Masse gerannt. Hat dieser Container da in der Mitte reinsteckt, Herr Wacken? Oh! Nein. Ich habe es gedacht, ich habe dich jetzt... Ich weiß nicht mal genau, wer mich geholt hat. Dieser behinderte Typ mit seiner, äh, Handlung. Ey, der soll sich mal vor meinem Kämpferplatz verpissen. Werde gleich richtig stinkig. Ja, Leute, wo ist mein Nesu? Ey, der klaut mir gerade meine Energiebälle, Alter. Um aufhören, Spacko. Oh, ich habe eine Armbrust. Nein! Oh mein Gott. Genau denn, wenn ich eine Armbrust habe. Das Spiel hat was gegen mich. Ey, wieso bin ich nochmal tot? Ich will doch gar nicht so respawn. Ach gut. Vielleicht muss jeder einmal sterben oder so. Oder das Spiel mag ich nicht. Zweimal gestorben. Ja, das Spiel mag ich vielleicht einfach nicht. Ich denke nicht mal dran, mir jetzt irgendwelche Energiebälle zu klauen. Wie viel Lack kann man denn da haben? So, na nur jetzt. Lebst du noch? Jo. Jetzt noch gut. Noch, Mann. Na gut, nach drei RPGs sieht das schon anders aus. Ich wollte dich holen. Energieball! Ich werde hier von einer Handgun geholt über drei Kilometer Entfernung. Ja. Ich bin da rein. in den Rand. Ne, 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 Nando. Ne, 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 Austra. Nein, Mann. Da stehen die zu drinnen. Alter, mit der Handgun. Ich würde gerne mal wissen, wo der Typ steht. Der schießt über drei Kilometer. Ich würde mal sagen, langsam mal sicher machen wir mal. Dann hau es, oder? Wer ist dafür? Weil ich weiß nämlich auch nicht, wie spät das ist. Äh, es ist 15, 16. Äh, ähm, ja dann machen wir hier den... Ich mach nur eh nen Kill und den... Also hier ist das noch ne Dreiviertelstunde. Äh, ich muss Minsky durch. Nein, Minsky! Och, Mann. Was willst du? Willst du hier um... Ecke im Kästen! Gut geklappt. Ah, wie du geflogen bist, wie gut. Ja, oder? Na, das sieht da schon die ganze Zeit aus. Oh mein Gott, ey, ich fang echt gleich an zu heulen. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon gesagt hab. Ja, oft genug. Ja, ist aber auch so. Hier kommt eine RPG nach dem anderen, du hast gar keinen Schock, sonst was zu machen. Ach, Mann. Der Stubb jetzt. Oh, mein Gott. Ah, Lars Kill, was willst du tatsächlich los? Hä? Hä? Ah! Was denn? Ich bin gerade irgendwie... über die Brücke rübergeflogen. Also ich bin irgendwie mal hochgeflogen. Gut. Damit aber zum Ende. Am Bot. Gut. Dann bis zum nächsten... Ja, weiß nicht. Let's show. Let's play. Weiß ich was. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.